Achso. Jena sind wir jetzt, ne? Als wir nach Silvester runtergefahren sind. Ja. Jetzt sind wir ja auf der anderen Seite rein. Als wir hier rausgefahren sind, war alles weiß. Geil. Geil. Gute. 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 Nein. Aber er verschwam durch, Schatz. Egal. Ja. Obaldet, wie bei Dlinnen. Mit Ventilator. Luxus. Guck mal, Jule. Ventilator. 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 Bild in die Luft. So was will Johann machen. So was? Der will Infrastruktur machen. Bäh. Das schicke ich an die Johann dann später. Johann Gupferstraße. Liebe Grüße. Ja, ich war noch nie. Nichts? Doch da warst du schon drunter. Wenn wir nach Halle gefahren sind. Oh, da waren die Blitzer. Da waren die Fotos. Echt? Ja. Jetzt wird ein bisschen mehr als 60. Sfotos. Blitzer, Blitzer. Stand so in der Ecke. Flitzer, Blitzer. Kennst du? Flitzer, Blitzer. Da habe ich irgendeine Hygiene. Das wird aufgeschüttet. Mal jetzt zum Fernsehen. Wie lang der ist. Was? Hast du immer noch Energy? Ja. Hoffentlich wird er geblitzt. Ich wurde ja schon geblitzt. Das stimmt. Ha. Hoppa. Wir fahren hier etwas weiter. Stimmt voll, ne? Nein. 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 Wir fahren. Ich bin der Ecke. Ich bin der Ecke. Bis zum nächsten Mal.